Herzlich Willkommen zu der letzten Folge der Basen-Phase-Nacht. Heute sind wir auch wieder mit dem Busch unterwegs und machen etwas Umfragen. Dies, das und holen uns einigen. Wie in den letzten zwei Videos schon. Wir wünschen euch sehr viel Spass im Video. Und wir sehen es, es ist voll wie nichts. Und wir stürzen uns auf ein Erlebnis. Kommt mit! NIEH! 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 Ja! 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 Okay, das ist gut. Ja! 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 Sorry, ist die Dame mit Schorps? Nein. Aha, okay, dank der Geburt. Nein. Ah, okay. Schöne Damen, oder? Ich muss sie wie fast. Du musst kurz fort machen, okay? Ja. Wuh! Wuh! Wie liebte? Wie lurte das? Oh! Oh, wow! Oh, was ich... Ich bin einer von den Menschen, die gerne in den Wald gehen und die Bäume umarmt. Um mich mit den Bäumen zu verinnerlichen. Wie oft machst du das? Waldbaden, das gibt es im Fall wirklich, kurios Mal. 1 bis 10. Wie oft spürst du das Kostüm? Das ist 10. Wie ist das ein 10? Ja, das ist Baba. Oh, Messer. Haben wir dich nicht gestern schon gesehen? Mich nicht, nein. Ich habe irgendetwas, ich komme mir bekannt vor. Ich weiss es gerade nicht. Wer will? Ja, du, der, der. Ali. Ali, oh. Millian! Er ist es. Jetzt geht es nicht. Wir kennen ja alle den roten Vodka oder den grünen. Ja. Wie viel Promille hat der? 18. 25. 25. 25? Also ich glaube 18. 100% 25. 25. 100. 25 Promille, denkst du? Was soll ich mir schauen? Mit Prozent. Ja! 25 Promille hat er. Wachen wir. Also. Was machen wir? Ihr kennt ja den Wodka, oder? Wodka. Wodka. Ja. Wie viel Promille hat der? Der hat... 25. Hat er nicht mehr? Nein. Nein. Darf ich Storytime erzählen von gestern? Autor, Leute. Ihr wisst nicht. Gestern war Fastnacht. Und dann... Wodka hat mich verfolgt. Und ich wollte mich hinter dem verstecken. Ich dachte, das ist echt. Ich gehe hinter dem. Auf einmal. Bah! Ich so Herzinfarkt. So. Ich habe Herzinfarkt bekommen. Ihr wisst nicht. Und alle alten Menschen haben mich ausgelacht. Es war schon ein bisschen hart. Aber ich akzeptiere. Die Richtige hat... 35. Oh my God. Mölin gesehen? Mölin. Mölin bin ich noch nie gewesen. Ah, Scheisse. Vielleicht gibt es mehr. Du spüren. Ich war nur ein Lieschen in Basel. Okay. Der rote oder grüne Wodka. Ja. Wie viel Promille hat der? Ich habe keine Ahnung. 17. 17 Promille? Ja. Wie oft tut er den Mond umreihen? Von Tag. Ähm, warte jetzt. Warte jetzt. Bis Vollmond? Er hat Alkohol für mich. Ah, voll fressig! Hast du gehört, was er gesagt hat? Er hat Alkohol für mich. Ich weiß doch nicht, wieviel er hat. Okay. 2 Sekunden. Geben. Geben. Ich identifiziere mich als... Busch und du. Ich identifiziere mich als Mann. Ja. Als Mann. Ja, ich glaube schon, oder? Wie oft tut er den Mond umreihen? Von Tag. Das ist mehrmals. Aber wie oft das ist? Scheisse, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was sagst du, Esther? So genau, wenigstens. Ich will doch nicht ins Video kommen. Schon spott. Schon spott. Der Busch. Hey, du bist jetzt dabei gewesen. Ja. Oh. Nein, ich rauche nicht. Rauchst du nicht? Nein, ich bin ein gesunder Mensch. Hey, du spielst du jetzt raus? Ich spielst du auch nicht. Nein. Das ist ein Veganer. Das ist ein Lifestyle. Was für ein Baum. Du bist ein Baum oder ein Busch, oder? Ich liebe Fleisch. Ich will Fleisch. Ja. Du bist einfach ein Busch da, aber du liebst Fleisch. Das ist nicht mehr das Dressing, weisst du? Ah, ja. Sorry, habe ich nicht gewusst. Und wenn man sich als Helikopter identifiziert, dann ist das mir auch egal. Dann bist du... Ich rede komisch zu sich, aber... Wann hat die letzte Brasilien bei der EM gewonnen? Keine Ahnung. 2002. Genau. 2002. Good fit. It's so cool. It's so cool. It's fantastic. How would you rate it from 1 to 10? 11. 11? And you? Yeah. Sorry, what? How you score it? 1 from 10. 15! 12. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Yeah. 15. 15. gemacht. Wir waren auch viel draußen und sehr viel Schweiss und Blut haben wir verbrennt. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Abend und viel Spass bei den nächsten kommenden Videos und Dankeschön fürs Zuschauen.